Und fünf Minuten, eine neue Radio-Serie für Frühstücksbluten. Das ist wieder die Zeit, die ganz besonders wichtig für Deutschland ist, denn der Werther Müller hat es vorbereitet, das Leona-Orakel. Auf der linken Seite natürlich die deutsche Flagge, auf der rechten Seite die brasilianische. Hier ist er, der Leona, die Leona, wie man will, kann man das ja im Saarland sagen. Und es wird jetzt bewegt, aber richtig dolle. Und, und... Werther Müller, warum hast du da eine Schere? Aber ich denke einfach mal... Warum hast du da eine Schere? Deutschland gewinnt, hier ist er, auf der Deutschlandfahne. Dann kann ja nichts mehr schief gehen heute Abend, 22 Uhr. Es hat funktioniert. Das hätten wir jetzt mal sehen müssen. Ja, ja. Werther Müller, das war gecheatet. Das war nicht so wie immer, du hast dich mal gedreht. Sicher hat sich das bewegt. Du hast es geschaukelt und dann abgeschnitten. So, jetzt gehe ich Messer holen. Jetzt essen wir mal. Sie müssen sich mal vorstellen, das Ding hängt ja an der Schnur, unsere Leona, die sich da dreht. Ja, der Wetter Müller hat tatsächlich die Schnur abgeschnitten und Jonas runter auf unsere Deutschlandfahne geknallt. Aber so wird alles... Richtig gut. Das glauben Sie nicht. Gucken Sie auf salü.de, auf unserer Facebook-Seite. Das laden wir jetzt nämlich hoch, das Video. Und dann wissen wir alle, Deutschland gewinnt. Du bist mir so ein Leuchtturm, Wetter Müller. Ehrlich, unfassbar. Einer jetzt. Ja. Und dann...